Vielleicht haben Sie ja schon einmal mit den verschiedenen Spray-Beprüfungsmethoden für Formulare gearbeitet. In der Vergangenheit hatten wir schon eine Menge davon zur Verfügung stehen, unter anderem hier die Textfelder, die ich eingefügt habe, den Textbereich, Kontrollkästchen oder auch eine Auswahlgruppe. Über die Einfügenleiste werden diese ganz bequem auf der Seite platziert. Hier in diesem Fall habe ich schon mal zwei Textfelder platziert für ein kleines Formular, über das sich Newsletter-Abonnenten bei dieser Band auf der Seite anmelden können. Dieses Formular möchte ich nutzen, um Ihnen eine neue Funktion, und zwar die Optionsschaltergruppe in Spray zu zeigen, mit der wir genauso bequem eben Optionsschaltergruppen zu unseren Formularen hinzufügen können. Der Vorteil bei der Benutzung hier von diesen Spray-Elementen ist, wenn ich einmal hier draufklicke und den blauen Bereich wähle, habe ich im Eigenschafteninspektor alles, um mir meine Funktionen zu konfigurieren. Das heißt, ich muss selber gar nicht in den Code hinein, um irgendwelche komplexen Dinge zu gestalten. Ich kann mir sogar hier die verschiedenen Stati anzeigen lassen. Das heißt, momentan sehe ich das Textfeld, wie es gesehen wird, wenn wir auf die Seite kommen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte gerne meine Erforderlich-Warnung sehen. Das heißt also, den Zustand, der eintritt, wenn jemand das Feld falsch ausgefüllt hat, in dem Fall gar nicht ausgefüllt hat, und dann steht dahinter, bitte ausfüllen, zum Beispiel beim Absenden. Aber auch das kann ich hier ändern. Und zwar kann ich sagen, beim Absenden des Formulars, beim Ändern innerhalb des Formulars, das wäre zum Beispiel nützlich, um dem Besucher weitere Hinweise zu geben, wenn er das ausfüllt, dass man sagt, bitte nur Nummern verwenden oder nur Buchstaben. Und ich kann beim Verlassen des Textfeldes ebenfalls reagieren und eben diese Fehlermeldung ausgeben. Hier habe ich eingestellt, dass es, wie schon gesagt, beim Absenden und beim Verlassen des Feldes eine Fehlermeldung gibt, wenn dieses nicht ausgefüllt ist. Das ist also erforderlich und hat keinen besonderen Typ. Bei den Typen kann ich hier auch eine ganze Reihe auswählen. Und zwar kann ich eine E-Mail-Überprüfung durchführen. Ich kann sagen, das soll ein Datumsformat sein, eine Uhrzeit, eine Ganzzahl eben und so weiter und so fort. Jede Menge vordefinierte Dinge stehen mir hier zur Verfügung, auf die ich prüfen lassen kann. Da drunter im Feld sehen wir das einmal. Hier habe ich gesagt, es muss eine E-Mail-Adresse sein. Schauen wir uns einmal hier den erforderlichen Zustand an. Sehen wir, dass dann auch dahinter steht, bitte ausfüllen. Wenn es ein ungültiges Format ist, steht dort keine E-Mail-Adresse und gültig sieht das Ganze dann so aus. Letztendlich, wenn es korrekt ausgefüllt ist. Ja, und genau auf dieselbe bequeme Art und Weise können wir jetzt uns hier an dieser Stelle eine Optionsschaltergruppe einfügen. Ja, und sobald ich die Option ausgewählt habe in meinem Einfügen-Bedienfeld, erscheint dieser Dialog, in dem ich nun die Optionsschaltergruppe mit den Radio-Buttons genau konfigurieren kann. Ich nenne das Ganze zunächst einmal die Newsletter und kann hier jetzt unterhalb dieses Feldes meine verschiedenen Optionen für das Formular erstellen. In meinem Fall sollen die Besucher der Webseite aussuchen können, ob sie den Newsletter in einem HTML-Format oder in einem ganz normalen, standardmäßigen Textformat zugesendet bekommen möchten. Deswegen gebe ich hier im ersten Feld einmal HTML mit dem Wert HTML und im zweiten Feld Text mit dem Wert Text ein. Über die Plus- bzw. Minuszeichen kann ich an dieser Stelle noch weitere Optionen hinzufügen oder wieder wegnehmen. Und hier über die kleinen Pfeile kann ich die Reihenfolge meiner Radio-Buttons dementsprechend verändern. Weiter unten werde ich noch gefragt, ob ich das Layout mithilfe von Zeilenumbrüchen gestaltet haben möchte oder ob ich eine Tabelle nutzen möchte für mein Formular. Tabellen brauchen wir in diesem Fall nicht. Das ist ein unnötiger Ballast. Deswegen machen wir das mit dem BR-Tag und fügen diese Geschichte einmal ein. Ja, und was wir sehen, ist, dass wir hier auch einen kleinen blauen Raben um unser Spray-Element haben und im Eigenschafteninspektor unsere verschiedenen Verhalten für unsere Optionsschaltergruppe definieren können. Ja, und zunächst möchte ich einmal einstellen, wann die Überprüfung für unsere Optionsschaltergruppe greifen soll. Standardmäßig wird das Ganze immer bei OnSubmit, also beim Absenden unseres Formulars ausgeführt. Und hier kann ich auch nichts ändern. Das sieht man an dem kleinen ausgegrauten Haken hier. Weiter links, an dieser Stelle, kann ich einstellen, ob dieses Feld, also ob die Einstellung meiner Optionsschaltergruppe überhaupt erforderlich ist oder nicht. Es kann ja sein, dass wir die Informationen aus diesen Optionsschaltern überhaupt nicht benötigen. Dann könnten wir diesen Haken hier raussetzen und es würde keine Überprüfung stattfinden. Wir wollen aber wissen, was das Format für unsere Newsletter sein soll, eben Text oder HTML. Deswegen brauchen wir das natürlich. Wir brauchen hier nur die OnBlur, also beim Verlassen unseres Elementes. Dementsprechend, also wenn ich hier oder dort klicke, wird es auch überprüft. Über die Zustandsvorschau kann ich mir, wie eben gezeigt bei den Textfeldern, auch die verschiedenen Zustände hier anzeigen lassen. Und zwar hätten wir hier einmal den Zustand für das Nicht-Ausfüllen. Das heißt, wenn es leer ist beim Abschicken, dann steht hier, nehmen Sie die Auswahl vor. Und wenn wir die Aussage hier ändern möchten, klicken wir ganz simpel hier rein, ändere den Text. Das löschen wir raus und schon haben wir die Textmeldung hier geändert. Ja, und eine weitere Möglichkeit, die wir bei den Optionsschaltergruppen haben, ist eben zu bestimmen, ob ein ungültiger Wert hervorgehoben wird. Das heißt also, wenn jemand etwas klicken würde, was wir in dem Fall für ungültig erachten würden, was hier jetzt nicht der Fall ist. Aber sobald wir das tun würden, könnten wir genau an der Stelle zum Beispiel einmal HTML eingeben. Dann hätten wir an dieser Stelle für den Optionsschalter noch die Möglichkeit, eben hier den ungültigen Status auszuwählen. Brauchen wir aber nicht, also löschen wir das wieder raus. Ja, und das war es im Prinzip schon. Wenn wir das Ganze jetzt einmal speichern, dann wird uns gesagt, dass hier die nötigen Dateien für unsere Spry-Überprüfung zur Optionsschaltergruppe im Spry-Assets-Ordner abgelegt werden. Wir sagen OK und schauen uns das Ganze einmal im Browser an. Und wenn wir jetzt hier abschicken, dann werden eben genau die Fehlermeldungen ausgespuckt, die wir gerade eingestellt haben. Das alles ist im Urzustand natürlich nicht ganz so hübsch. Und Sie können sich das über die mitgelieferten CSS-Daten, eben an den entsprechenden Stellen über den Code-Navigator zum Beispiel, direkt aussuchen. Und hier sehen Sie direkt, es ist eigentlich relativ einfach, auch wenn es jetzt sehr viel aussieht, hier die entsprechende Regel zu finden, die für mein Aussehen zuständig ist. Ich habe hier schon mal eine kleine Datei vorbereitet, in der ich das Aussehen ein wenig geändert habe und in der ich nichts weiter gemacht habe, als hier in den Hintergrund unseres Formulars so einen Papierhintergrund zu legen und die Textfelder entsprechend etwas anders formuliert habe, die Anordnung der Optionsschaltergruppe etwas anders gelegt habe. Und wenn ich mir das nun im Browser betrachte, sieht das natürlich etwas hübscher aus, als der Standardzustand, auch wenn ich das hier absenden möchte. Dann wird das Ganze entsprechend hier für mich angezeigt. Wie Sie sehen, es ist also möglich, kleinseitige Überprüfung von Formularen auf einfachste Art und Weise mit Hilfe unseres Spry-Frameworks durchzuführen. Bestehend aus einer JavaScript-Datei und einer CSS-Datei, über die wir die Gestaltung unserer Elemente bestimmen können, haben wir dazu die volle Kontrolle über das Aussehen. Vielen Dank.